Jein. Wie komme ich hier denn weiter? Uh, thank you. Oh, da unten! Ach, das ist Leben, was wir einsammeln. Stimmt, ich habe es wieder vergessen. Oh, was bist du denn? Hallo? Hä? Also, so viel Wasser, wie hier ist, und guck mal, da unten leuchtet, blinkert irgendwas. Aber so viel Wasser, wie hier ist, wird sonst irgendwann nochmal was... Was kommen deswegen... Oh, da hinten kämpfen wieder welche. Und ich glaube, das, was wir in grün haben, haben wir hier jetzt auch nochmal in... Oh, Lilla? Wir kommen nicht weiter. Oh. Okay. Ähm. Ja, wusste ich, dass das passiert? Hä, wie kommen wir denn jetzt wieder hoch? Oh, oh, es hat aufgehört zu regnen! Wie cool! Ich finde, das sieht so hammer aus, von Weitem. Oh. Hä? Er ist weg? Okay. Okay. Oh. Oh. Nein! Oh, fattend. oh wow hier ist ja was los oder oben ist noch einer aber hier hat alles geregnet wir machen damit gerade unseren regen weg das ist ja voll cool hier war was warte müssen wir aber jetzt mal schnell nach unten ja ist voll gut oh mein gott wir müssen trotzdem noch da hinten weiter gucken das dafür bin ich so neugierig okay hier geht es nicht weiter oh lalala da komme ich wahrscheinlich nicht rüber jetzt aber oh hier kommen wir wieder zum gelben bereich oder hi es gab weitere weckungen einige sind von euren einfachen wesen was transzendiert die höheren wesen sind nicht gekommen allerdings haben sie dich gesehen das ist nichts gutes was bist du ich weiß es selber nicht ich würde es selber sehr gerne wissen das war's das war's hä waren wir hier nicht schon ich glaube wir waren hier schon aber wir können hier irgendwas einsammeln ja das war's ich bin draußen ich bin hier 000 Okay, hier waren wir noch nicht. Oh Gott. Warum schreckst du mich eigentlich immer so? Oh. Äh, okay. Oh. Ich habe keine Zeit, irgendwas zu machen. Widerstand mit Eis. Okay, das werden wir garantiert nicht schaffen. Widerstand. Ja, okay, wir gehen dann mal. Bye! Das machen wir noch nicht. Wir laufen jetzt erstmal dem anderen hinterher. Oh, hier hört es sich wieder an wie Regen. Oh, komm ich da nicht hoch. Oh, hi! Hey! Dich kennen wir. Jetzt bist du weg. Okay. Das wird hier ziemlich nah. Irgendwas passiert hier gleich. Wie nah es ranzoomt. Oh, hi! Oh, nee. Oh, lol. Hä? Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Ich verstehe nicht. Der will doch irgendwie mit uns kommunizieren. Oh, walsch! Der weicht dem Auge aus. Wer bist du? Warum kann ich dich nicht absorbieren? Oh, jetzt rückt es wieder. Der wollte mich aufhalten. Nein, jetzt spielen wir ihn. Oh mein Gott! Wie cool ist das denn? Ich kann im Regen laufen. Ich kann nichts anderes machen. Oh! Was? Was ist das denn? Wie cool! Oh mein Gott! Was? Das sieht ja mega gut aus! Oh mein Gott, ich freue mich gerade voll. Oh mein Gott! Oh! Ich kann was anderes mit ihm machen! Oh mein Gott! 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 Ich könnte ihn jetzt quasi auch verbessern! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich könnte nichts sagen! Wie? ausweichen? Oh mein Gott. Wind. Wie krass ist das denn bitte? Das sind alles Techniken, die er gegen uns gemacht hat. Bitte was? Wie cool ist das denn bitte? Oh, vielleicht kann ich mit ihm jetzt den anderen Gegner besiegen. Ich kann mit ihm im Wasser laufen. Oh mein Gott. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Bitte was? Ist das cool? Oh mein Gott. Yes. Kann ich hier... Oh. Was bist du denn? Kann ich hier rüber? Ich vermisse so ein bisschen, dass ich schnell laufen kann. Hi. Was bist du? Äh. Gar nichts? Okay. Obala. Leuchte. Hihihihi. Ist das cool. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Wie will ich hier ranzoomen? Hallo. Gucken wir doch gleich mal. Also das ist... Oh. Das sieht so gut aus. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin gerade... Was? Oh. A. A. B. X. Ich kann mich verstecken vor den Sachen. Ist das cool. Ich bin gerade voll begeistert. Hört man vielleicht ein bisschen. Aber nur... Das ist doch so cool. Bitte was? Wie cool ist das denn? Gucken loslassen. Warum? B. Behalten. Ey. Ich komme schon mit der Blauen nicht zurecht mit den ganzen Kämpfen. Und jetzt zwei verschiedene Kampfarten. Oh Gott. Das ist wild. Oh. Das wird wild. Das wird wild. Das ist wild. Untertitelung des ZDF, 2020